Wenn das kein Mode ist, das ist ja alles modig. Vergänglich geht wieder, aber modig. Aber du kannst ins Fernsehen schauen, schau im Fernsehen überall, oder in die Zeitung, überall. Das sind so Modephrasen, weißt du so. Ja, Toleranz, Toleranz, man muss jetzt Toleranz sehen. Sag ich, das ist hochinteressant. Nein, ich bin in der Fußgängerzone. Ich bin in der Fußgängerzone, kommen Sie auf mich los, sind Sie auf mich zugegangen. Sind Sie Tolerant? Ich hab den bloß angeschaut. Ich hab gesagt, Spezi. Dass wir uns klar verstehen. Für meinen Bedarf gelangt's, hab ich gesagt. Ich kann's ja nimmer hören. Tolerant, Tolerant, ich kann's nimmer hören. Ich sag, dass ich kriege, Allergie ist, ich kann's ja nimmer hören. Aber, weißt du, ich sag's Ihnen schon. Ich sag's Ihnen dann schon. Weil Sie sind jetzt blöd, Sie wissen es ja nicht. Woher sollen denn die das wissen? Woher denn? Primitiv bist du da oben, aber... Toleranz! Weil Sie wissen gar nicht, was das heißt. Was heißt denn Toleranz? Und ich sag Ihnen, ich hab den einen angeschaut, ich hab gesagt, der ist harschauf, wenn man in der Intoleranz vorbeigegangen. Dann hab ich gesagt, ja, ich sag' ich, du weißt ja gar nicht, was das heißt, sag ich. Toleranz. Das ist doch ein Fremdwort. Da kein deutscher Begriff. Ja, sieh. Was heißt denn Toleranz? Was heißt denn das? Was heißt denn Toleranz? Toleranz, das ist nämlich, das heißt, wenn man es übersetzt, ins Deutsche, dann heißt Toleranz so viel wie tolerieren. Naja, natürlich. Das ist so viel wie, wie sagt man, etwas ertragen, etwas aushalten. Das heißt das. Das ist ein uralter Begriff, ich weiß ich nicht, im Willalter oder die, ich sag's, die Römer. Es kommt daher, wenn ein Mensch früher, wenn sie einen gefoltert haben, äh, und der hat's überlebt, dann war der tolerant. Ja, das ist das. Ja, daher kommt das. Muss man doch ein bisschen, ne? Außerdem sag ich immer, ich meine, kein Mensch kann da bloß tolerant sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch im Leben einmal einen Standpunkt haben, ich kann ja nicht nur tolerant sein, den ganzen Tag, vom Frühstück bis zum Ding. Tolerant, das gibt's doch nicht. Nur ein Rimpf ist, das ist nur tolerant. Hey, ich muss doch irgendwann im Leben einmal Nein sagen können. Wenn der sagt, sind Sie tolerant? Dann sag ich, nein. Hey? Und wenn der sagt, ja warum nicht? Dann sag ich, das geht durch den Scheißdreger an, sag ich. Hey? Hey?